Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hat Phase One ein Angebot zum Cyber Monday rausgehauen und zwar betrifft es die Capture One Styles und da gibt es mehrere Pakete, die habe ich hier auf dieser Seite eben schon eingeblendet und ja, gehen wir das Ganze mal durch im Schnelldurchlauf. 8 Style Pakete mit insgesamt 110 Styles statt 552 Euro nur 199 Euro. Wir sind so 3 Style Pakete mit jeweils 31 Styles oder da hier das Retro Style Paket mit 48 Styles für 79 Euro oder für 99 Euro. Ihr habt hier die Preise noch eingeblendet, was das Ganze normal kostet und wer mir nicht glaubt, das war gestern auf Facebook ein bisschen der Fall, ich habe hier die normalen Style Pakete auch eingeblendet, was diese Styles eigentlich bei Phase One normalerweise kosten. Und da sind wir bei einem Style Paket, schon bei 79 Euro oder eben bei 49 Euro bei dem kleinsten Paket. Ihr könnt euch die Styles hier auf der Phase One Seite ansehen und ihr kommt hier direkt zu diesem Link, über diesen Link zu dem Angebot hier. Und habt die Cyber Monday Aktion, die ist nur für heute gültig und ja, schnell zugreifen mit dem Code von mir, mit dem Gutscheincode Amphammer, den ich hier einblende jetzt gerade, spare dir noch zusätzlich 10% und den Link zu diesem Angebot erhält ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, es gibt dann wieder weitere Videos zu Capture One selbst. Also dann Leute, ciao!